24 Stunden Sonne, dafür ist die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität notwendig. Am besten alles aus einer Hand. Wie Sie das erreichen, erfahren Sie jetzt. Willkommen am Stand von FroNews International. An meiner Seite habe ich Leonhard Böbeck, er ist vom Produktmarketing von FroNews. Herr Böbeck, 24 Stunden Sonne, die Sektorenkopplung wird immer wichtiger. Am besten alles aus einer Hand. Wie kriege ich denn das hin? Ja, für die Sektorenkopplung haben wir die beste Lösung. Das Herzstück der Sektorenkopplung ist definitiv unser Hybrid-Excelrichter, der Gen24+. Er managt alle Energieströme und führt zu einer effizienten Integration der Energiesektoren, die sehr energieintensiv sind. Also vor allem die Mobilität und die Wärme. Und dafür bieten wir Lösungen. Es ist nicht das Einzige, was wir wollen. Natürlich auch Speicherung. Also die Nutzung der Energie nachts ist uns sehr wichtig. Da haben wir eben ein sehr effizientes, DC-gekoppeltes Hochvoltsystem. Da haben wir auch starke Partner wie BID und LG Resoflex. Genau, mit denen wir hier auch 24, wirklich 24 Stunden Sonne realisieren können. Notstrom wird auch immer wichtiger bei unserem Gen24 oder unseren Kunden. Hier können wir auch zwei bedarfsorientierte Notstrom-Varianten anbieten. Das ist einerseits der BB-Point. Das ist sozusagen der Einstieg in die Unabhängigkeit. Einphasige Versorgung einer Steckdose bis 3 kW Leistung. Auch ohne Speicher möglich, solange natürlich die Sonne scheint. Aber der Kunde kann auch die vollständige Umschaltung des Haushalts, das Full-Backup grundsätzlich nutzen. Also hier ist dann wirklich jeder Verbraucher versorgt mit dreiphasigem Drehstrom. Für die E-Mobilität haben wir eben unseren Wattpilot. Der große USP des Wattpilots ist, dass er wirklich die Solarenergie mehr oder weniger stufenlos dank einer 1-3-Phasen-Umschaltung nutzen kann. Also er fährt sozusagen wirklich der Sonnenkurve nach und nutzt fast jedes Watt der PV-Überschussproduktion. Aber ich kann auch schnell laden damit. Genau, man kann natürlich auch 11 kW, 22 kW laden. Also wenn es schneller gehen muss, dann natürlich volle Power sozusagen. Für die Wärmeversorgung haben wir den Fronis Onpilot. Den haben wir mittlerweile schon eine Zeit im Programm. Das ist im Prinzip ein Verbrauchsregler, eine intelligente, stufenlose Ansteuerung von Ohmschen Lasten. Meistens sind das Heizstäbe natürlich. Aber auch Infrarotpanels können hier stufenlos von 0 Watt weg angesteuert werden. Das heißt, auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe funktioniert das sehr gut, weil der Onpilot eben kleine Überschussmengen sehr gut regeln kann. Gerade im Winter dann eben mit der Wärmepumpe, die effizient ist, dass der Onpilot ein gutes Duo abbildet. Genau. Okay. Und es gibt ja ganz viele, die haben jetzt einen Wechselrichter und müssen jetzt irgendwie aber eine Batterie nachrüsten. Genau. Wie funktioniert denn das? Also nachrüsten ist grundsätzlich jederzeit möglich bei dem Wechselrichter. Also ist zeitunabhängig und da haben wir ein anderes Produkt. Das kann ich Ihnen jetzt noch zeigen. Da gehen wir gleich jetzt mal hin. Genau. Wie ich eben gesagt habe, das ist unsere neue Lösung, der Gen24 ohne Plus sozusagen, den wir jetzt im vierten Quartal dieses Jahres launchen werden. Das ist sozusagen der Wechselrichter ohne Hybridfunktionen, der extrem zukunftsfähig ist für den Kunden. Der Installateur kann dann jederzeit wirklich durch eine Software-Upgrade-Funktion namens Fronius ab, die Hybridfunktionen, also die Batteriespeicherfunktion und auch die Möglichkeit zum Full Backup, also zur Notstromumschaltung, jederzeit nachträglich aktivieren. Also für den Installateur natürlich ein tolles Mittel hier auch, Upselling zu betreiben später und hier die Batterie auch später zu verkaufen. Und für den Endkunden natürlich sehr toll. Er muss das Investment nicht gleich voll tätigen, sondern kann er später überlegen, will ich eine Batterie, will ich keine Batterie und dann eben nachrüsten. Das Tolle am Wechselrichter ist, er hat trotzdem eine integrierte Basis-Notstromversorgung, den schon genannten PB-Point, den kann er auch bei dem Gen24 nutzen, auch wenn er keinen Speicher hat. Also der Einstieg in die Unabhängigkeit ist ja auch hier schon gegeben. Aber dann halt nur, wenn die Sonne scheint. Nur, wenn die Sonne scheint natürlich, ja klar. Aber die scheint ja in Deutschland und Österreich sehr oft im Sommer. Genau. Und Fronius hat jetzt auch noch die Erweiterung der Produktionskapazitäten gestemmt und so die Lieferfähigkeit erhöht. Genau. Die wird jetzt besser, ja. Da zeige ich Ihnen noch was bei einer anderen Wand. Ja, dann gehen wir doch mal hin. Also hier sehen Sie jetzt auch Fotos unserer Produktionserweiterung. Wir haben jetzt wirklich die Produktionskapazitäten in Satellit in Oberösterreich nahezu verdoppelt. Wir suchen dieses Jahr über 1000 neue Mitarbeiter. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Sind auch wirklich on track bei dieser Suche, um auch die Gen24-Wechselrichter, die geplanten ausliefern zu können. Was uns sehr wichtig ist, dass wir trotzdem in Europa produzieren, nachhaltig wachsen und produzieren und gesund wachsen. Also wir können auch nicht exponentiell wachsen. Die Produktion in Europa hat andere Rahmenbedingungen wie in anderen globalen Gebieten dieser Welt. Und Fronius will einfach den Bedarf nachhaltig gewährleisten und nicht so schnell wachsen und dass auch unsere Strukturen gesund und nachhaltig mitwachsen können. Aber die Verfügbarkeit unserer Gen24-Wechselrichter wird vor allem dann im vierten Quartal durchaus besser werden. Ja, und Sie produzieren ja selbst die Einzelkomponenten fast ausschließlich in Europa. Richtig. Stichwort Wertschöpfung ist bei uns sehr, sehr tief. Man sieht es oben von der Entwicklung bis zur Produktion in Europa. Also das Know-how ist da und es geht bis in die Printbestückung. Man sieht es auch hier. Sehr tiefe Wertschöpfung. In Satellitenkrummer werden unsere Kabelbäume und induktiven Komponenten gefertigt. Also Fronius ist nicht nur ein Wechselrichter-Zusammenbauer, sondern wirklich ein Fertiger von der ersten Platine bis zum fertigen Wechselrichter. Super, Herr Böbeck. Vielen Dank für die vielen Informationen. Das klingt alles super. Und Fronius hat natürlich auch noch Unterstützung für die Handwerker und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, zur Unterstützung der Handwerker begrüße ich an meiner Seite Robert Mühllener vom Produktmarketing von Fronius. Und Herr Mühllener, wie unterstützen Sie denn die Installateure bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte? Genau. Also prinzipiell, wir bei Fronius haben ein breites Portfolio an digitalen Tools, mit denen wir versuchen, unsere Installateure, die bei draußen sind, bestmöglich zu unterstützen. Das beginnt schon bei der Planung, wo man mit Solar Creator die Möglichkeit bietet, dass er sein Projekt durchplant, dass er eine Auslegungsempfehlung kriegt, dass er einfach weiß, okay, wie schaut das im Großen und Ganzen aus. Bei der Inbetriebnahme haben wir eine App entwickelt, weil wir einfach sagen, okay, wenn man jetzt ein Gerät in Betrieb nehmen muss und in den Keller muss, mit dem Handy ist das oft leichter, als wenn ich dann mit einem Notebook durch die Gegend, da haben wir ein Tool entwickelt, das ihn unterstützen soll. Mit SolarWeb, was wir jetzt auch da sehen, das ist ein Tool, da zeigen wir das Monitoring, also da sehe ich die Anlage, die Leistungsdaten kann ich da analysieren. Also das alles zum Thema Anlage, zum Monitoring. Wenn ich dann weiterschauen bei unserem Stand, haben wir dann noch ein Flotmanagement, wo wir gerade aktuell noch in Arbeit haben. Also wir sind da im Bedarf und wollen da einfach ein Tool entwickeln, um auch für Installateure, die größere Flotten sozusagen betreuen, auch da ein gutes Tool zur Verfügung zu stellen. Und schlussendlich kommt es auch ab und zu einmal zu einem Servicefall und auch da möchte man unsere Installateure nicht im Stich lassen und wollen ihnen einfach ein Tool geben, wo sie einfach mit dem Fehlercode eine Schritt-für-Schritt-Anleitung kriegen, wie sie sozusagen diesen Servicefall behandeln können. So entfällt das immer gleich beim Tech-Support, also bei uns bei der technischen Hotline, anrufen müssen, sondern können so schon selber die ersten Schritte setzen und auch, wenn es zum Beispiel notwendig ist, Komponenten bestehen. Und wie gesagt, das spart viel Zeit, weil ich nicht immer im Tech-Support in der Wartenschleife hängen muss, sondern da wirklich sofort aktiv eine Lösung habe. Super. Und Flottenmanagement klingt nach Gewerbe und Sie haben ja auch was fürs Gewerbe. Genau, richtig. Schauen wir mal um mich. Schauen wir mal rüber. So, das ist jetzt das große Gerät von Fronius. Genau, also das ist unser Commercial-Wechselrichter, den es in 50 und 100 kW gibt. Der Tauro ist ein sehr flexibler Wechselrichter, das heißt, ich kann mein Tauro so konfigurieren, wie es für mein Systemdesign braucht. Also wir haben indirect Pre-Combined Varianten zum Beispiel. Also ich konfiguriere ihn so und habe dann das Gerät, was genau passt für das System, was ich da oder für mein Projekt. Ja, genau. Was wir auch noch neu haben für den Commercial-Bereich ist ein neuer Smart Meter, wo wir einfach den Need gesehen haben, dass man einen Smart Meter nicht nur noch über den Oppos RTU verkabelt, sondern auch jetzt mit WLAN und LAN. Das ist jetzt neu bei uns im Portfolio beim Commercial und wird von den Kunden sehr gut angenommen. Ja, da ist ja für alle Lösungen etwas vorbei. Genau. Vielen Dank, Herr Mühlener, für die vielen Informationen. Und wenn Sie noch mehr Informationen über Fronius haben wollen oder einen Ansprechpartner brauchen, dann schauen Sie einfach auf die Webseite. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.